Ja, heute geht es mal in einem neuen Format weiter. Der Teil mit Local Operating Network, kurz Lohn, der findet als PowerPoint-Präsentation statt. Das liegt daran, dass ich ein Basismaterial von meinem Vorgänger Herrn Greifenweder bekommen habe und den quasi angepasst habe an mein Wissen. Und wir gehen also heute zum Kapitel 5 über, nach Kapitel 4 KNX, jetzt in die Technologie der Gebäudeautomation, die sich kurz im Lohn nennt. Was verbirgt sich dahinter und wie sieht das insgesamt aus? Was müssen Sie davon wissen? Gehen wir mal auf die nächste Folie. Wir werden nach einer kurzen Einleitung über sogenannte Lohnknoten sprechen, wie die aufgebaut sind. Dann kommen wir zur Interoperabilität, wie also verschiedene Herstellergeräte zusammenarbeiten. Wie sieht die Datenübertragung konkret auf der elektrischen und Softwareseite aus und wie nimmt man so ein Lohnsystem in Betrieb? Die Lernziele der Lehrveranstaltung sollen sein, sie sollen so ein Lohnsystem verstehen, wie es aufgebaut ist, mal Kommunikationsaspekte erklären können, einige Komponenten, insbesondere wie es zur Interoperabilität bei Lohnen kommt, erkennen, was Binding zum Beispiel heißt, wie man so ein System in Betrieb nimmt und was es letztendlich an Kosten verursacht, sodass Sie bei einer Konzeptionierung da wenigstens die Grundlagen parat haben. Literaturmäßig sind wir da ganz gut ausgestattet. Unser Märzbuch Gebäudeautomation enthält ein dickes Paket zum Thema Lohn und das steht Ihnen ja in besprochener Weise zur Verfügung. Seit letzter Woche können Sie auch auf diese Kapitel zugreifen. Es gibt eine Nutzerorganisation, die heißt Lohnworks, die hat ein Installationshandbuch, das ist zwar auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das kann man natürlich immer noch benutzen. Ebenso auch das Lohnworks Planerhandbuch für Planer und Architekten, das ist sicherlich auch ganz gut, um für Konzeptionierung als Grundlage zur Verfügung zu stehen. Gut, nächste Seite. Ja, es ist entwickelt worden von einer amerikanischen Firma, die heißt Echelon oder Echelon oder wie auch immer man das ausspricht, weiß ich nicht. Die Seite, die seit 25 Jahren zur Verfügung stand, www.echelon.com, gibt es nicht mehr. Die Firma Echelon ist nämlich aufgekauft worden von Adesto Tech, von Adesto und die Internetseite von Adesto ist Adesto Tech.com. Da kann man also quasi jetzt die Fortsetzung der führenden Firma sehen. Dann gab es mal eine Internetseite Lohnmark.com, die ist auch irgendwo, gibt es nicht mehr. Es gibt noch eine europäische Seite, Lohnmark.org, hinter der sich die LNO, die Lohnnutzerorganisation, verbirgt, die dort noch ihre Zeit hat. An vielen Stellen merkt man, da geht was vor, da stimmt was nicht. Der Geschäftsführer von der Firma Voltus deutete an, dass rein von der Zukunft her Lohn nicht mehr so ganz, wie soll ich sagen, nicht mehr ganz gut aussieht. Und bei vielen Nachforschungen im Internet stellen wir fest, es gibt sehr viele alte Informationen, aber nichts Frisches. Es gibt eine Firma in Aachen, die heißt Gazitek, die scheint Marktführer von Lohninstallationen zu sein. Auf der Seite liest man darüber nichts und es gibt auch eine Firma in Lübeck, wo mein Vorgänger auch Kontakte zu hatte. Die Firma WHO, nicht etwa die Weltgesundheitsorganisation, sondern die Firma WHO, die auch Gebäudeautomation auf Lohnbasis anbietet. Jetzt muss man wissen, weil es schon sehr alt ist und seit 25 Jahren in Betrieb ist, es gibt eine DIN EN 14908. Die liegt mir auch vor, wir haben ja als Fachhochschule, als Technische Hochschule Zugriff auf EDD-Normen. Wer also der Interesse daran hat, melde sich bitte bei mir, der kann ja mal reingucken. Also ein Gesamtwerk von vielen Seiten insgesamt werden es, hier sind es 417 Seiten, das sind kleinere Papiere. Dann gibt es hier das Hauptwerk Gebäude-Netzwerk-Protokoll mit 600 Seiten, also etwa 1000 Seiten, Normenpaket liegt vor, in verschiedenen Blättern, kann man alles für viele hundert Euro bei dem Beutverlag erwerben. Und dort sind also wesentliche Dinge genormt. Ja, gucken wir uns mal an, wie das System entstanden ist, was sich hinterher verbirgt. Es ist, dieses Konzept nennt sich Lohnworks, wurde von eben dieser Firma Echelon entwickelt, die es so nicht mehr gibt. Und das fing an in den 1980er Jahren, da kamen die Mikrocomputer auf, immer mehr, wollten Hersteller Mikrocomputer einsetzen. Und da kam eben einer auf die Idee, eine Datenkommunikationsschnittstelle zu bauen, die auf einem Chip integriert ist, die man dann auch günstig herstellen kann, millionenfach herstellen kann und auch sogar in Haushaltsgeräte einbauen kann. Der Kerngedanke in dieser EN-Europäischen Norm 14908 ist, es ist ein Feldbus-System, sollte zur dezentralen Automatisierung führen und möglichst wenig zentrale Intelligenz benötigen. Und es wurde auf Ziel natürlich festgelegt, dass verschiedene Hersteller zusammenarbeiten sollten. Dass also der Kunde, der Installateur bei der Gebäudeautomation, dass der nicht auf einen Hersteller angewiesen ist, sondern Geräte von verschiedenen Herstellern benutzen kann, die dann auch miteinander kommunizieren können. Dazu wurde dann auch viel Arbeit hineingesteckt in die eben sogenannte Interoperabilität, wo Daten in Format und Inhalt festgelegt worden sind, an die sich dann alle halten müssen, die mit Lohnsystemen kommunizieren wollen. Dieses einzelne Gerät, so ein Knoten, hat eine eigene Intelligenz und solche Knoten, eben diese Intelligenz, diese Mikroprozessoren, findet man dann in Sensoren, Aktoren und Controller und die machen dann ihren Job. Nächste Folie, es gibt ein hübsches Bild. Es gibt verschiedene Begriffe wie Lohnworks, Lohntalk, Lohnbilder und so weiter. Das sind also alles Begriffe, die im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind. Und Lohnmarkt gibt es auch, also die Technologie nennen wir Lohnworks, die beinhalten alle Elemente, die für einen Entwurf, Aufbau und Betrieb und Wartung für eine Lohninstallation erforderlich sind. Lohnmarkt ist quasi der übergeordnete Begriff, so wie eben halt die Internetseite Lohnmarkt.org wiedergibt. Das ist also quasi der Markenname. Es gibt ein Kommunikationsprotokoll, ein festgelegtes, normiertes, das heißt Lohntalk. Und ja, realisiert ist es jetzt, und das ist der Trick, der wesentliche Punkt bei Lohn, es gibt ein Chip, der sogenannte Neuron-Chip. Der Name Neuron hat was mit neuronalen Netzen zu tun. Die Idee war, dass ich quasi jedem Knoten eine Intelligenz hinzufügen kann, die überall gleich ist und die auch die Kommunikation organisiert, mit der ich dann die verschiedenen Feldgeräte wie Sensorenaktoren verbinden kann. Und diese Verbindung soll ganz einfach sein, möglichst so, wie man das gerade will. Und genau das ist denen auch recht gut gelungen. Da kommen wir gleich noch drauf. Also es verbirgt sich die ganze Technologie eben in diesem Neuron-Chip, der von verschiedenen Herstellern auch produziert wird. Das heißt, man hat nicht nur eine Quelle, sondern mehrere, also Second Source ist da geliefert. Die Kommunikationssprache, wenn wir uns erinnern an Kapitel 3, Kommunikationstechnik, das ist eben dieses differenzielle Manchester-Verfahren, das quasi auch eine Frequenzmodulation beinhaltet, wo die binäre Information 0 und 1 in zwei verschiedenen Frequenzen drin steckt, die hat viele Vorteile, insbesondere auch Störsicherheit. Und Sie können die Anschlusskabel, die beiden Strippen, sage ich mal, die können Sie beliebig auch anschließen. Das heißt, da braucht man nicht auf Polarität achten. Dann gibt es zu diesem Neuron-Chip auch noch sogenannte Transceiver, die dann letztendlich die Verbindung zum Medium herstellen. Das kann über die Netzleitung mit Powerline gehen, über eine Zweidrahtleitung, über Funk oder sogar über eine Internetschnittstelle. Das heißt, da gibt es jetzt verschiedene Anbindungsverfahren, die Sie auch beliebig mischen lassen. Und entwickeln tut man dann diese ganze Lohn-Technologie mit Entwicklungswerkzeugen, ähnlich ETS bei KNX. Gibt es da den Lohn-Builder oder einen Note-Builder? Auf die komme ich auch gleich noch ein bisschen näher zu sprechen. Okay, wir haben da ein paar Einsatzfelder. Ja, gucken wir die Einsatzfelder mal an. Lohnworks war zwar gedacht damals, vor mehr als 20 Jahren, damit das als universelle Automatisierungstechnik eingesetzt wird, also auch in der Industrieautomation, hat sich aber eher in der Gebäudeautomation durchgesetzt. Und dort insbesondere, wenn Regelungen wie Temperaturregelungen oder Heizungsklima- und Lüftungsanlagen gebaut werden, dort findet man dann insbesondere diese Technologie wieder. Zum Beispiel, wenn man die Liste mal anguckt, die Straßenbeleuchtung in Oslo wird mit Lohn ferngesteuert und automatisiert an- und ausgeschaltet. Am Flughafen Frankfurt wird das eingesetzt, im Reichtagsgebäudekomplex, auch zusammen mit BACnet, in Leitsystemen der Starkstromtechnik. Und zwei Anlagen habe ich selber in einem Gutachten kennengelernt. Das ist die Brandmeldeanlage im Hotel Jumeirah in Frankfurt. Und in Hamburg bei der Firma Eurofins, einer Biotechfirma, sind die Laborgebäude auch mit Lohn automatisiert. Gut, nächste Folie. Ein Bild aus unserem Märzbuch. Seite 175 finden wir so ein bisschen den Überblick, weltweiten Überblick, wie die Lohntechnik eingesetzt ist. Wie gesagt, das sind natürlich Zahlen, die eine Momentaufnahme darstellen von vor vielleicht drei, vier, fünf Jahren. Wie das heute aussieht, wissen wir nicht. In Europa also 45 Prozent Verbreitung von der Gesamtverbreitung USA und Kanada stark vertreten, in Asien und Rest der Welt ein bisschen. Wenn man anguckt, in welchem Gebiet das eingesetzt wird, tatsächlich doch auch in 35 Prozent der Industrieautomation, aber eben nicht in Europa, sondern in Amerika. Großteil eben Gebäudeautomation, ein bisschen Heimautomation, also Smart Home. und dann Energieverteilung, Verkehr, Straßenlaternen und so weiter. Auch nochmal ein nicht unbeträchtlicher Teil. Einige Begriffe nochmal kurz erklärt. Hier gibt es ein Firmenlogo von Lohnworks. Erstmal L-O-N, Local Operating Network. Im Gegensatz zu Local Area Network, wie wir LAN kennen, WLAN, Wireless LAN, haben die hier bewusst Operating als Mittelwort benutzt, um abzugrenzen, dass es sich hier wirklich um etwas ganz anderes handelt, als was wir mit LAN bezeichnen. Die Technologie im Lohnworks, Organisation Lohnmark, Lontalk ist das Protokoll, mit der die einzelnen Knoteninformationen austauschen. Ein Knoten, in KNX-Technologie nennt man das Buskoppler, ist eben halt das Element, das pro Sensor-Aktuator die Anbindung an das Netzwerk ermöglicht. Und der Neuron-Knoten ist halt ein Mikrocontroller mit komplett ausgebautem Interface-Baustein. Das heißt, da steckt alles drin, was man zur Kommunikation braucht. Kommen wir ein bisschen näher auf den Knoten zu sprechen. Die kleinste Einheit ist eben dieser Neuron-Chip, ein Chip, der alles enthält. Jeder Knoten hat ein Chip und jeder Chip ist ein Knoten. Das heißt, das ist hier dasselbe. Und es gibt natürlich auch Bausteine, die mehrere Knoten beinhalten. Und den haben die natürlich auch entsprechend mehrere Chips. So, gucken wir mal an, was alles in so einem Chip drin ist. Hier oben finden wir die Anschlüsse von Lampen, Sensoren, Schaltern und so weiter. Das heißt, hier ist die Feldebene. Dann brauchen wir natürlich auch entsprechende AD-Wandler und Eingangsbausteine dazu. Aber diese binären oder auch analogen Signale werden digitalisiert und dem Chip zugeführt. Hier gibt es eine Ein-Ausgabe-Baugruppe. Dann geht das alles in diesen Prozessorkern rein. Und dieser Prozessorkern, den gibt es in zwei Ausbaustufen. Einen kleinen und einen großen. Der große kann noch extern mit einem Speicher erweitert werden, für also kompliziertere Anwendungen. Der kleine ist dann eher für einfache Buskoppler wie Schalter und Lampen gedacht. So, und dieser Chip mit dieser Ausgabe-Baugruppe spricht dann über einen Transceiver mit dem eigentlichen physikalischen Medium, was die Daten überträgt. Transceiver ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Transmitter und Receiver. Transmitter also quasi der Sender, Receiver der Empfänger. Das ist die Einheit, die quasi einen bidirektionalen Datenaustausch mit einer Übertragungsebene darstellt. Und jeder Chip hat, das ist auch jetzt hier wichtig, eine weltweit einmalige 48-Bit lange ID-Nummer, das Neuron-ID, mit deren Hilfe der Busknoten jederzeit eindeutig identifizierbar ist. Es gibt natürlich auch eine Software-Adressierung, wie bei KNX auch, aber die Hardware-Adressierung wird nicht einmal eingestellt, wie bei KNX, über eine Programmiertaste, sondern die ist fest vom Hersteller programmiert. Und zu den einzelnen Übertragungsmedien kommen wir noch. Vielleicht hier noch ein Hinweis, natürlich brauchen Sie ein Netzteil in jedem Knoten. Und dieser Knoten hat eine Service-Funktion, ein Taster und eine Lampe. Mit dem Taster kann man dem Gerät mitteilen, was passiert das und das. Und mit der Lampe kann dann mit der kleinen LED über entsprechende Blinkzeichen dem Nutzer mitgeteilt werden, was gerade mit dem Knoten. Los ist. Okay. Nächste Folie will nicht kommen. Da sieht man mal so ein Chip, wie er aussieht, hier noch mit Hersteller Echelon. Es gibt verschiedene Hersteller. Toshiba, Cypress haben die schon mal hergestellt. Motorola war auch schon mal dabei. Das heißt, man hat versucht eben auch im Second Source herzustellen, Second Source zu finden, die dann entsprechend eintreten, wenn eine andere Firma dann ausfällt. Man kann natürlich auch die Firmware auf anderen Prozessoren laufen lassen, aber das ist eher nicht so üblich. Und diese Seite, die es als Homepage nicht mehr gibt, gibt es aber als Unterseiten. Auch wenn man da guckt, dann kann man da auch mehrere Details und insbesondere auch Hinweise zu diesen Chips finden. Dieser Chip ist bemerkenswert komplex. Schon in den frühen Jahren ist er über 20 Jahre alt. Hier ist ein Dreikern-System. Drei Cores sind drin, die die verschiedenen Aufgaben der USI-ISO-Schicht bekommen haben. Hier sieht man an der Seite den Hinweis, dass diese drei Kerne verschiedene Aufgaben haben. Der erste Kern ist derjenige, der auf den Transziver zugreift und quasi die Netzwerkschnittstelle, also die Ebenen 1 und 2 der 7-Schichten-ISO-Modellierung wiedergeben. Dann gibt es einen zweiten Kern, der quasi die Netzwerkdaten kodiert und dekodiert. Da kann man sagen, das gehört bei dem 7-Schichten-Modell zur Schicht 3 bis 6. Und dann gibt es noch einen dritten Kern, der macht eigentlich das Applikationsprogramm. Je nachdem, was das für eine Hardware ist, ob es ein Sensor oder ein Regler ist, da steckt dann die Anwender-Software drin, die dann aber auch von Nutzern programmierbar gestaltet ist. Das heißt, der Neuron-Chip kann auch mit entsprechender Software, diesem Node-Builder, auch noch extern programmiert werden. Da kann jeder Hersteller von Sensorenaktoren sein Applikationsprogramm einbauen. Die drei Kerne kommunizieren intern über einen gemeinsamen RAM-Speicher. Ja, das Prinzip der verteilten Intelligenz ist hier sehr intensiv realisiert worden, weil eben so ein Neuron-Chip schon eine geballte Intelligenz enthält, kann natürlich jeder einzelne Knoten schon enorm Arbeit leisten. Es gibt keine Zentrale, die jetzt alles regelt, wie zum Beispiel bei einer SPS-Anlage. Eine SPS-Anlage, wie man sie in der Industrieautomation kennt, ist ein Zentralsystem, wo alle Informationen zusammenlaufen und wo die Zentrale sagt, was los ist. Fällt die Zentrale aus, geht nichts mehr. So eine Zentrale gibt es bei dem Lohnnetzwerk nicht. Die einzelnen Knoten können ohne Zentralfunktionen untereinander kommunizieren. Wenn ein Teil des Netzes ausfällt, kann der andere Teil immer noch arbeiten. Also kein hierarchisch orientiertes System mit übergeordnetem Rechner, sondern ein dezentrales Konzept. Die Knoten tauschen Informationen aus, direkt untereinander, können Aktionen an jedem Ort, bei jedem Teilnehmer innerhalb eines Lohnnetzwerkes auslösen. Das heißt, wie so ein neuronales Netz, jeder Knoten kann jeden anderen bei Bedarf erreichen. Und Lohnnetzwerke sind nicht lokal begrenzt. Die können natürlich auch mit entsprechenden Routern über Internet kommunizieren und von entfernten Orten kontrolliert und gesteuert werden. Und so können auch lokale Netzwerke zu großen ortsübergreifenden Netzwerken zusammengefasst werden. Also das Lohnkonzept realisiert alle drei Ebenen, die wir in der Gebäudeautomation kennengelernt haben. Es kann in der Feldbus-Ebene, in der Automationsebene und aber auch in der Management-Ebene eingesetzt werden. Wenn man das mal mit KNX vergleicht, dann muss man sagen, die Systeme sind in Konkurrenz zueinander und bieten letztendlich die gleiche Funktion an. KNX ist genauso wie Lohn ein dezentrales System mit einem Bus, wo jeder Knoten mit jedem anderen kommunizieren kann, sodass die beiden Systeme weltweit in Konkurrenz sind. KNX oder EIB, der europäische Interface-Bus, wird mehr in Europa eingesetzt. Lohnnetzwerke kommt aus dem USA-Markt, die Firma ist ja amerikanisch. Es gibt Kombinationen, aber die Busse sind nicht kompatibel. Also der Gebäudeautomatisierer muss sich entscheiden, gehe ich den KNX-Weg oder gehe ich den Lohn-Weg. Es gibt zwar Kombinationen, hier ist ein Beispiel, wo ein Buskoppler mit dem Neuron-Chip verbindbar ist mit einem KNX-Bedienoberteil von einer entsprechenden Firma, die solche Innenausrüstung verkauft. Die sagen sich auch, ich möchte das Ding sowohl auf dem KNX als auch auf dem Lohnknoten drauf gesteckt haben. Der will natürlich, unabhängig davon, wie der Gebäudeautomatisierer sich entscheidet, will der sein Bedienteil da loswerden. Und das ist auch in der Tat, man kann es kompatibel herstellen. Ein wichtiger Unterschied zwischen KNX und Lohn ist, Lohn ist etwa nicht ganz zehnmal so schnell in der Datenübertragungsgeschwindigkeit. Also Lohn hat da Geschwindigkeitsvorteile gegenüber KNX. Kapitel 3 dieser Vorlesung machen wir mal mit einem neuen Video.